Was ist nur bei Carmen Geis los? Die 59-Jährige meldet sich aus dem Krankenhaus bei ihren Fans. Während ihrer Dreharbeiten in Österreich ging es ihr plötzlich immer schlechter. Fans, Freunde und Familienmitglieder machen sich aktuell große Sorgen um Carmen Geis, 59. Die Ehefrau von Robert Geis, 60, meldet sich mit einem besorgniserregenden Post aus dem Krankenhaus bei ihren Instagram-Followern. Doch was ist passiert? Carmen meldet sich aus der Klinik.Ihr Lieben, ich melde mich heute aus dem Krankenhaus bei euch. Vor einigen Tagen wurde bei mir eine Bauchspeicheldrüsenentzündung festgestellt. Wir waren gerade mitten in Dreharbeiten hier in Österreich, als es mir plötzlich immer schlechter ging und ich abbrechen musste. Zum Glück wurde es rechtzeitig erkannt und ich konnte schnell und gut behandelt werden, erklärt Carmen. Und weiter, mir geht es schon deutlich besser und ich bin so froh, dass alles gut gegangen ist. Diese Erfahrung hat mir erneut gezeigt, wie wichtig es ist, auf seine Gesundheit zu achten und sich regelmäßig durchchecken zu lassen. Gesundheit ist das wertvollste Gut, das wir haben, und es sollte immer an erster Stelle stehen. Passt auf euch und eure Lieben auf, Familie und Gesundheit sind das Wichtigste auf der ganzen Welt. Und bleibt zu hoffen, dass Carmen sich bald vollständig erholt.